moin ihr lieben und herzlich willkommen bei meiner reise durch die total überflutete welt von raft also die flussreise die ich vergaß so ja was soll ich sagen wir können mal eben zack 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 wir gehen da rein so voll und leer machen dafür ist das ganz gut dadurch die noch nicht entsorgt habe so jetzt können wir haben wir kartoffeln in der hand nö dann schnappt ihr mal ein paar kartoffeln wenn ich wüsste wo die sind ich will heute auf jeden fall die kisten hier austauschen gegen bessere kisten dann möchte ich da sind die kartoffeln hatte ich hier nicht gerade hier die schmiede möchte ich bauen und das ja also wir haben heute einiges zu tun kisten austauschen wir brauchen schon wieder neuen haken aber am besten keinen aus metall wir nehmen erstmal den billigen hier kunststoff dann bauen wir erst mal den normalen plastik haken ja das kriegen wir das ja knapp aber wir haben es so die kartoffeln jetzt hier schmuck schmuck so wo ist mein feld hier da so dann haben wir die kartoffeln am start dann möchte ich wieder eisen schmelzen irgendwo habe ich noch welches in der kist wir brauchen jetzt ganz viel planken definitiv noch ach leckt mich doch fett hier da da ist nichts drin wir müssen noch größere teile des abschnitts hier du darfst jetzt mal scheiße da war mein essen weg ist es ja der heute wahrscheinlich keine insel wie gesagt ich will ein bisschen was machen er hatte hier was gekriegt weg zu spät gemerkt muss ich ihm nochmal wasser geben na ja tolle wurst hier so dem müssen wir mal kriegen nein war bis hin zu schnell gezogen irgendwie habe ich das gefühl seitdem ich den haken habe denn der segel habe dadurch nie in den müllstrom gelangen also hier wir kommen schon wieder raus naja ja es war es habe ich nicht gemacht ist klar ist ja wieder klar so kommt die eben schnell auf den grill geschmissen so angel anstatt ein welt sogar ein lachs bitte ich habe ansprüche es ist echt aber wir haben gestern echt gut was geschafft hier ach nur ein herring ja egal das war nix aber das müssen wir kriegen kommen wenn fällig hier dann haben wir denn jetzt ach du ahnst und nicht dann war schon fast wieder voll nicht nur fast wir sind wieder voll so pack mal den sand hier raus so steine aber noch woanders die pack erst mal rüber die rüber das kann bei mir bleiben der rest muss erst mal hier bleiben wir bauen ja gleich noch was so jetzt fängt es auch gleich an aufs leben zu gehen das ist ziemlich blöd so dann kriegst du direkt noch mal den herring hinterher ja gut ich wollte jetzt bauen eine zweite schmiede schmelze ja nägel haben wir hier zwei stück nur hatte ich nicht noch mehr nägel anscheinend nicht dann müssen wir noch zwei mal welche machen hier so schmelze da ist so so packen wir uns nie hin ja muss ja hier erst mal hin so zack gut jetzt kriegen wir ein bisschen mehr geschmolzen hier ach gott es gibt es doch nicht dass wir hier schon wieder nicht im strom schwimmen so jetzt will ich aber erst mal dafür bräuchte sowieso noch ein paar nägel so die das erstmal so kann das doch alles nicht hier so vorbeigehen lassen mensch so so und so hau denn wohl ab hier ja sie ist echt die sind hier am clown die viecher auch gibt es doch nicht dann nehmen wir wenigstens die planke mit ach ja war auch schon mal besser ne so ne jetzt brauche ich aber keine planke sondern ähm ich wollte jetzt bauen was und zwar kisten kiste scharniere habe ich hier nicht hier nicht hier nicht ich glaube hier was herstellen der ist fehlt so und das nehmen wir jetzt für solche sachen hier stein ähm sand genau ach so pack erstmal weg hier steine lehm ah hat schon wieder hunger ey oder ne durst jetzt diesmal sand das kommt nochmal woanders hin ja du kriegst ja Junge ach so den sand habe ich jetzt natürlich nicht reingepackt so hier auch rüber ähm ja dann will ich jetzt jetzt habe ich eine kiste was haben wir hier schönes eine flagge und eine ablage super so jetzt bauen wir schon mal hier eine seite weiter aus ja so herrlich so wieder ein bisschen mehr platz was kriegen wir noch eine zweite seite ne ja kriegen wir wohl ne nimmst du mal das zeug ach jetzt hat der schon wieder hunger ich glaube es doch nicht ernsthaft jetzt wo ist der gehirn da du kommst kaum dagegen an du kommst kaum dagegen an so so na zumindest haben wir ja schon mal den hier ne der uns gleich ein bisschen mehr macht so dann können wir nämlich nachher nochmal eine kiste bauen boah dieses blöde brett ne irgendwie habe ich das gefühl es geht doch alles ein bisschen haut ihr wohl ab ihr drecksack obwohl er nächste mal schieße ich die einfach ab echt jetzt warum schieße ich die denn nicht weg ist ja eklig ja hier wird ja einiges gesammelt das ist schon mal gut das ist schon wichtig hier ne hier die hatten wir hier so zwei dann kann ich doch jetzt hier die seite auch nochmal ausbauen ne war doch grad auf der seite also jetzt hier wenn es reicht ach sind schon sechs ja naja egal äh nägel fehlen verdammt und habe ich noch gut so dann haben wir das dann haben wir schon mal ein bisschen erweitert was ja auch cool ist ne auf jeden fall hatten wir schon lange keinen Haiangriff mehr auch wenn das andere mindestens genauso stressig ist aber kannst du nicht auch noch gebrauchen wenn hier die Haie nerven ne nicht wirklich so weit haben wir denn noch schönes die sind auch ganz wichtig die sachen verschwindet bloß hier echt so meine letzte angel geschichte hier so geht hier wenigstens keiner dran so was haben wir für einen hier zack die nein direkt auf den grill hier nochmal planken drauf den wollte ich noch abbauen so kann erstmal hier rein hier haben wir noch steine oh wir haben aber viele steine ja aber erstmal ein bisschen sortieren hier alles ne bisschen schön sortieren was haben wir hier noch hier die brauche ich eh dann können hier nochmal so spielsachen rein hier das kann hier mit bei so das kommt hier mit rein genau wie das plastik so eisen 1 was ist hier denn noch planken ernten 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 gut 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 nächsten kartoffeln zack 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 gut so fischi ist auch fertig auch die kartoffeln drauf so und wieder essen nein wo ist er da so trinken so eine neue angel wird zeit noch eine angel hier bolzen und seile habe ich noch irgendwo und bolzen wahrscheinlich nicht noch aber kein bolzen mehr dann machen wir uns ein hau ab so dem bolzen bauen erstellen metall angel und halt mal rein nach der gerät so da würde ich gleich noch mal ein bisschen vergrößern hier oh lax jawoll genau darauf habe ich gewartet der ist richtig gut ja wenn ich sie gerade schon da sehe ne so läuft doch hier läuft doch jetzt so hier haben wir baumaterialien man kann denn hier noch drauf ja dann würde ich gerne lebensmitteltechnisches zusammenwerfen was haben wir denn hier erze federn die packen wir hier mit bei quatsch die nicht die ärzte können hier mit rein so herr aufräumen muss ja auch sein so ich wollte im anker bauen dafür wollte ich hier noch das heißt ich brauche eben zwei so dann wollte ich hier nämlich 12 und dann den anker da drauf setzen ja aber was brauche ich denn für den guten anker den planken drei metall waren ein scharnier ich habe es gerade weggepackt oder musste ich gerade benutzen ne da ist es so kommt das ganze hier nach doch hier zwei rein die scharniere behalte ich was was yo so 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 direkt neues machen hier so 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 muss es sein so muss es sein ich glaube noch einer geht nicht aber ich probiere es immer mal fünf stück ok so 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 drei hier wurden da bauen wir erstmal anker jawoll platzieren können wir den nachher noch ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar planken so dann kann ich den erstmal wieder ein bisschen verstellen hier so 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 die kommen gleich hau die ab wir so was kann ich denn noch verstellen die hier ja da sind noch planken drinnen da kommen wir ja ein metallerz eine planke und metallerz dann kann ich nämlich die beiden schmelzen hier hinten nebeneinander stellen erst mal so dann guck mal eben jetzt brauche ich zwei metallerz dann nützt alle nix ne mal guck kartoffeln gibt es jetzt genug na leckt mich doch fett ey so ach so und wasser plastik kriegen wir auch ordentlich so essen haben wir da wunderbar das habe ich gesagt mit essen da auch nicht da nicht das nehmen wir aber gerne da kommt hier essen kartoffeln so so mir fehlt auch noch eine planke hoffe ich so was haben wir noch hier damit es hier mal ein bisschen mehr platz gibt so dann muss ich erstmal den anker hier hinten noch einmal zweimal perfetto doch leute wenn ich werden genau so die schmelze die baue ich dann hier hin die baue ich dann hier hin die baue ich dann hier hin ja das werden wir noch mal ein bisschen öfter machen ne so so und jetzt kommen wir hier warte der wird sieben eins zwei drei vier eins zwei drei genau dann kommt hier eins zwei drei erst mal der hier hin eins zwei drei eins zwei drei eins zwei drei okay so nägel und allerlei ich brauche schon wieder platz hier das gibt es doch nicht so die dahin die steine und so und einmal plastik da rein die ananas samen kommen zum essen ja kommt hier rein so was habe ich jetzt gesagt der arm metall ich brauche nägel so hier verstärkung erst eben bauen bam 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 essen trinken gleich zwei schluck und du weg so jetzt muss ich mal gucken hier mit dem monster von anker was 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 warum wieso passt er hier nicht hä hä das ist ja mal blöd muss ich noch einbauen ok dann brauche ich hier nochmal eins und metallerz wo hatte ich das noch da ach guck mal na gut dann schlafen wir ernst ich wollte eigentlich das fass schnappen hehehehe hat ja gut geklappt mit dem fass so jetzt mit dem anker das ist fein ne hier kartoffeln immer wieder eine geile sache na gut dann brauchen wir jetzt noch mal zwei dinger nach draußen hin So, die restlichen Kartoffeln. Wo war das schon wieder? Wer hier? Ne, natürlich immer der letzte, ne? Der hier, so. Ist natürlich immer die letzte Kiste, in die ich gucke. So, Federn habe ich hier hingepackt. Ja, guck mal, ein bisschen, was kann ich mir immer noch bemerken. Ähm, halten wir nochmal die Angelrin. Blöder Bruce, blöder Bruce. Was ich nochmal machen könnte, wäre der Grill verstellen, moll. Oder? Ja, eine Makrele, wo ist denn der Grill? Ne, der steht noch richtig. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Ich will dann hier nachher Netze bauen, obwohl es echt schade ist, um die Metall versicherten Dinger. Ach, nix erwischt. Zack, zack. So, ähm, oh, da fehlt mir noch einer, ne? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber wichtig sind die. Da fehlt noch ein metallbaren. Ja, allzu lange dauert es nicht. Bis wir einen kriegen. Mh, essen. Böb, 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 böb. Tausch mal gegen die Makrele. So, komm, hau, voll hier. ja hier da müsste ich sowieso erst mal gucken so das ist ein bisschen langweilig bis man hier mal ein bisschen in action kommen kann nur jetzt gucken dass wir das floß so weit kriegen dass wir die antenne aufbauen können wo ist der anker jetzt können wir den jetzt wenigstens setzen wenn er den da hinten erwischt ist das gar nicht so schlimm jetzt haben wir einen vernünftigen anker und ja jetzt brauchen wir erst mal keine steine mehr kommen wird mal fertig hier hau ab fast wegen hier vom floß gefahren ich vergesse mal auf die zu fließen ja guck das ist doch vom feinsten hier oder auch schon wieder fertig wenn wir gleich hungrig werden mein fein du alte ratte habe ich nicht gut erwischt nicht mit meinem fein weg gibt es doch nicht auch jetzt auch nicht fehlen schon wieder nägel gibt es doch nicht immer dieses dieses zeugs hier wird man braucht immer wieder was neues hier ne ja die nehme ich aber mit gerne doch jawoll jetzt haben wir wieder solche bescheuerten pakete hier so jetzt können wir gleich mal gucken jetzt müsste ich doch langsam mal stuhl haben wir gelernt und tisch das müsste ich doch langsam mal platz kriegen hier ja immer dasselbe hier blätter wollte ich die denn wohl wahrscheinlich in der kiste nicht gerade leer räumen will die hier ja klar so ja vom weizen vom weizen jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr platz jetzt könnte ich doch hier gucken meine mal den job wo ist er denn oder brauchen wir noch zwei metall waren muss ich noch machen und vier glibber muss ich auch noch hinkriegen okay dann hier ein bisschen glimmer sagt sagt so und ein bisschen metall das haben wir hier jetzt wie viel haben wir denn noch an platz jede menge da kommen hier die muscheln damit rein holz brauche ich kann ja schon mal holz brauche ich kann ja schon mal holz bauen und zwei metall waren und vier glimmer geht doch eher schluss vorbei so die kiste dahinten die will ich auf jeden fall noch haben perfekt jetzt bin ich wieder überfüllt ne doch noch nicht youtube ach so habe ich gar nicht gegossen hier okay hier das da reicht doch gerade schon so guck mal hier glibber haben wir schon mal fertig kann schon den nächsten einschmeißen zack zack gibt es nicht noch warte machen wir ganz einfach dann haben wir da sofa zack essen essen trinken alles ist gut ach man nein ach man das ist doch blöd so aber wenigstens kriege ich meinen fall wieder ein das habe ich nur noch vier feine ne klasse wirklich klasse so guck mal dennoch das mit den netzen ist auch immer besser da kommt jetzt auch ordentlich was zusammen so den kochtopf ich echt gucken wo wir den aufgebaut bekommen da hatte ich den wasser ding schon eingesammelt ja 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 dann lass doch mal kurz hier eben hier hier warte mag die kurz was jetzt was jetzt hier die kann ich ja nee ich kann jetzt mal bleiben so wann haben wir denn hier die dinge rein aber was wollte ich jetzt verschieben die kiste nein die hier ja genau die wollte ich verschieben die wollte ich mal eben hierhin stellen auch so dann kann das zeugs da wieder rein schwupp 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 hier die ente kann auch damit rein können wir nachher irgendwo als deko element hin ballern so wie sieht es jetzt aus jetzt habe ich kunststoff weggepackt das ist ja kein thema das ist hier metall waren sind noch in arbeit da fehlt auch noch einer so genau so da fehlt noch der eine ja komm so langsam sind die aber auch keine mangelware mehr die dinge zwar und schon immer wieder vollgepackt du weißt was das problem hier ist du kriegst das gar nicht richtig hin dass du hier vernünftig sortiert bist da ins vogelnest kommt kein vogel mehr wir müssen mal ein bisschen auf kartoffeln verzichten aber doch hier da das den glimmer brauche ich gleich flanken haben wir genug die kann ich noch nicht ernten die kiste ja würde ich gerne mal leerräumen und hier rüber schieben da wollte ich gucken ob ich den kochtopf gleich hier hin kriege alle macht der müsste doch naja müssen wir gleich mal gucken vielleicht verschiebe ich auch den nach hier hin ja so wie seid ihr noch nicht fällig ja den anker gibt es jetzt auch automatisiert aber da kommen wir ja später zu da müssen wir noch ein bisschen was für schaffen so so ach man aber jetzt kriegen wir auch on mass hier so kochtopf wir stellen dich her das ist ein riesen klopper obwohl der passt doch hier hin ja bämm jawoll dann haben wir die kiste schon mal leer so und das ist hier pokuslos aber das ist für den entsafter können wir noch nichts mit anfangen ne die kartoffeln kommen jetzt erst kurz weg die sind zum essen gut die nehmen wir so also auf jeden fall sind wir nicht mehr am verhungern ständig aber du bist auch trotzdem irgendwie die ganze zeit zugange hier ne so was bauen wir als nächstes das ist jetzt mal eine sehr gute frage was ist das jetzt wollen wir mal gucken was wir dann morgen bauen und dann brauche ich Rezepte 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 ich meine ich muss die nicht finden so was bauen wir denn dann als nächstes können wir den schon wir können den Behälter bauen ne aber noch nicht die Saftmaschine aber bringt auch nix ja doch mit Kokosnüssen im Gepäck so was haben wir denn sonst noch neues naja Deko brauchen wir jetzt erstmal noch überhaupt gar nicht nö dann können wir morgen tatsächlich mal wieder einen Tag auf der Insel verbringen wir haben den Kochtopf wir haben hier ein bisschen vergrößert so apropos vergrößert wir könnten das hier weiter angehen mit dem vergrößern dann können wir hier nochmal zwei dran bringen dann muss ich hier noch die ganze Reihe machen und dann passt das ne warte mal nehmen muss ich das eins zwei drei vier fünf sechs sieben genau ist hier noch eine Reihe dran und gut ist ja dann würde ich sagen ich hoffe euch hat die Runde heute gefallen wenn ja lasst mir doch einen Daumen nach oben da wenn euch interessiert wie es hier so weiter geht dann abonniert meinen Kanal lasst mir gerne eure Kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen ich bedanke mich fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin Ciao